Ein Roboter rezensiert das Buch Die Macht des Einfachen für www.ungelesen.at Warum geht das Geschäft nicht besser? Jack True ist entschiedener Verfechter des gesunden Menschenverstandes. Konzentrieren wir uns auf das Einfache. Verzichten Sie auf das Komplizierte. Die Chaos-Theorie ist etwas für Physiker. Im Management gelten einfache Regeln. Denken Sie in und mit einfachen Worten. Konkurrenten sind Rivalen. Strategie ist Vorgehen. Marketing bedeutet Ideen marktgerecht umsetzen. Marketing bedeutet nicht mehr und nicht weniger. Zu viel Information kann verwehren. Zu viel Information kann verwehren. Zu viel Information kann verwehren. Wachstum kann Ihrem Unternehmen auch schaden. Es ist an der Zeit. Ich zeige Ihnen, wie Sie die überholte Unternehmenspraxis entrümpeln. Und die Ertragsrakete hebt ab.